Ja, ich habe Borussia Dortmund schon sehr oft gesehen. Sie sind ja in derselben Gruppe wie Real Madrid und ich habe mir viele Spiele von ihnen angeschaut. Sie sind ein tolles Team. Ich kenne sie nicht persönlich, sondern habe sie nur im Fernsehen gesehen. Sie haben einen tollen Trainer, Jürgen Klopp. Sie haben auch schon in den letzten Jahren gut gespielt, nicht nur dieses Jahr in der Champions League. Sie haben die deutsche Bundesliga schon einige Male gewonnen. Sie sind eine Mannschaft mit starken Spielern. Mario Götze, Lewandowski, Marco Reus. Viele, viele gute Spieler. Ich mag ihre Spielweise. Sie spielen so schnell. Ich glaube nicht, dass es da Favoriten gibt. Es sind ja nur noch die besten vier Teams aus ganz Europa übrig. Und es sind zwei Spiele, in denen es auf kleine Dinge ankommen wird. Da kann einfach alles passieren, in jeder Begegnung. Aber ich persönlich, aus meiner spanischen Sicht, muss sagen, wir würden es schon genießen, wenn es ein Finale mit den beiden großen spanischen Mannschaften gäbe. Sie sind tolle Fußballer und zwei sehr wichtige Spieler für uns. Ich bin froh, dass Mesut und Sami bei uns im Team sind. Wir haben Mesut und Sami in unserem Team. Ich bin froh, dass wir Witz sind. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen? Wie geht es mir? itt